Okay, das beantwortet die Frage, ob Angriffe kommen können, jederzeit, so wie es aussieht. Okay, damit haben wir uns erstmal wieder Luft geholt, denke ich mal. Ich habe falsch gedacht. Und los! Dir werde ich zeigen! Unsere Stadt wird angegriffen! Ruf die Miliz! Mein Hammer wird dich zermalmen! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Gut. Auf mein Kommando! Vorwärts! Kriegen wir jetzt die Ruhe, die wir brauchen für weitere Türme? Sprecht! Dorthin! So sei es! So, Nidhalf Titan rufen. Also Zwergentitan. Gibt wenigstens Erfahrungspunkte, dass wir bald Level 48 sind. Wir brauchen aber halt noch ein gutes Stück Nahrung und noch ein bisschen Lenya. Das Bauwerk ist vollendet. Meine heilige Pflicht! Das Bauwerk ist vollendet! Das Bauwerk ist vollendet! Zum Ruhme Ahrens! Zum Ruhme Ahrens! Ja! Ja! Eine Einheit wurde aufgewertet! Wie ihr wünscht! So, unser Nidhalf Titan ist da. Ich höre! Wie gesagt, noch einen Schubtruppen, dann können wir angreifen. Also können wir wenigstens mal anfangen, das erste Lager wegzumachen. Verdorbener Hain, da kommt die Schaar wahrscheinlich her. Und die eiserne Nexus, die kennen wir ja schon. Ah ja, ist gut zu wissen, dass wir jetzt standhalten können. Ich habe nicht gewartet, dass wir ihn angehen. Ich habe nicht so viele, die Schaar machen. Nein, nein, nein! Sieh, Sieh! Sieh, sieh! Sieh, sieh! Sieh, sieh! Sieh, sieh! Sieh, sieh! Wobei mir gerade so einfällt, es gibt doch eine Sache, die uns hilft. Lasst uns anfangen. Die wir noch gar nicht gebaut und bedacht haben. Schon so gut wie erledigt. Was wollt ihr? Reinigkeit. Also etwas, was uns helfen sollte, die Speipflanzen loszuwerden. Die Speipflanzen loszuwerden. Dafür brauchen wir aber trotzdem Bevölkerung. Das Gebäude ist fertig. Was wollt ihr? Eine meiner leichtesten Übungen. Ja, Belagerungskämpfer. Kostet sehr viel Mondsilber auch. Was alles aber nicht so das Problem sein sollte. Die Gemeinheit ist natürlich, man sieht wieder nicht, wie viel Bevölkerung der kostet. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch drei sein werden. Versteine. Welters gilt. Er warst du. Die Begegnungskämpfer. Die Oberflöte ist nicht so gut. Ich verstehe. Geht nicht so gut. Wir müssen uns nachdenken. Die Begegnungskämpfer. Und dann kann die Begegnungskämpfer. Die Begegnungskämpfer werden. Die Begegnungskrämpferen. Also ja, wir müssen auf Die Nahrung warten Ah, dafür habe ich ja Nahrungsproduktion errichtet Ja, die Zwerge sind halt langsam in der Nahrungsproduktion Dafür aber kontinuierlich und unabhängig Andererseits zum Beispiel gerade die Elfen Weil bei den Elfen haben wir es voll ausgeschöpft Was die Nahrungsproduktion angeht Sind Menschen und Dunkle Elfen immer noch am besten Ja, jetzt ist es wieder ruhig geworden Hm Ich hätte es nicht sagen sollen Warte Mal gucken, wie dein Angriff kommt Geht es los? Ich habe die Nahrungsproduktion Ich habe die Nahrungsproduktion Ich habe die Nahrungsproduktion So, da haben wir genug Nahrung. Jetzt können wir zwei von denen ausbilden. Und ja, sie kosten auch drei. Also, noch vier Windschützen. Eine Einheit wurde aufgewertet. Was ist los? Na, das sind mal Jungs, ey. Meine Angst wartet schon. Marschieren los. Auf geht's. Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Na, mal gucken. Auf geht's. Was soll ich tun? Hier bin ich. Wo ist der Feind? Vorwärts, Zwerge. Marschieren los. Auf geht's. Sag mir bitte nicht, ihr seid Nahkämpfer. Endlich wieder kämpfen. Marschieren los. Auf geht's. Vorwärts. Auf geht's. Sofort. Tag. Zeit zu sterben. Nein, 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 Efreti. Meine Axt wartet schon. Lass sie nur kommen. Geht es los? Okay, im Einhauenseil ist jetzt die große Klasse. Geht es los? Los. Oh. Die Ahnen rufen uns. Geht es los? Geht es los? Kommt nur her. Oh. Auf geht's. Das ist euer letzter Fehler. Das ist eine Falle. Ah ja, Fahrungspunkte. Meine Axt wartet schon. Ja. Vorwärts. Zur Ehre Aronius. Zu allem entschlossen. Sie kreisen uns ein. Schließ die Reihen. Sie sind überall. Mehr davon. Los. Lass sie nur kommen. Auf mein Kommando. Ja. Und los. Int basieren uns. remix. Ent